Servus, Willkommen zu einer neuen Folge ChiroPraktik. Heute mit Kevin. Hi. Tag der Herr. So, wir haben uns gerade kennengelernt. Was kann ich für dich tun? Ja, ich habe eigentlich immer Probleme mit Rücken, Schultern. Rücken und Schultern und linkes Bein immer. Das ist ja schon mal viel. Ja, ich bin auch jeden Abend beim Gange mit selber mit Faszien, muss ich ehrlich sagen. Hört mich drauf, lasst mich rollen. Okay. Versuch mir alles rauszuholen. Was ist dein Hauptproblem? Also Schultern und Rücken auf jeden Fall. Beide Schultern? Ja. Schultern und Nacken meinst du? Schultern und Nackenbereich? Ja, genau. Okay. Und Rücken, oberer, mittlerer, unterer Rücken? In der Mitte eigentlich. In der Mitte? Ja. Okay. Gut. Was machst du beruflich? Ich bin Koch. Mhm. Okay. Gut. Merkst du beim Arbeiten irgendetwas? Oder erst nach der Arbeit? Nach der Arbeit. Dann merke ich alles, was ich runter... Gut. Also, das bedeutet, du hast viel zu tun. Ich habe viel zu tun, ja. Ja. Muss ich nicht sagen. Weil, wenn du zwischendurch Pausen hättest, dann würdest du es natürlich auch merken. Ja, genau. Pausen sind immer kurz. Genau. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich wollte auch mal Koch werden. Dann habe ich mir das Ganze angeguckt und habe mir einfach beschlossen, das ist viel zu stressig. Ich arbeite lieber mit Linda zusammen und filme Leute. Hört sich ja gut an. Ist aber wirklich so. Also, ich finde das an und für sich gut. Aber es ist ja bekannt, dass es ein relativ stressiger Job ist. Auf jeden Fall. Arbeitshaltung dann auch nicht unbedingt so. Es geht. Ich habe eine Klinik halb drei, aber trotzdem, ich stehe morgens um fünf Uhr auf. Ja. Jeden Tag doch. Ist das eine große Küche? Große Küche. Ist jetzt eine große Küche besser? Ich weiß es nicht. Mal so, mal so. Also, auf der Karte ist schon schön zu kochen, aber Großküche, klar. Seit wann hast du die Probleme? Boah, schon länger. Was heißt das? Boah. Ein paar Jährchen immer. Ein paar Jährchen? Ein paar Jährchen. Okay, cool. Was hast du denn in den letzten Jahren dagegen getan? Eigentlich nicht viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe mich selber immer versucht zu helfen, mit dem Fastzimmer, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Und ja. Das war es eigentlich. Das war es? Ja. Mhm. Aber nach halb drei wäre noch ein bisschen Zeit. Wäre Zeit für Sport. Aber drei Kinder. Oh, drei Kinder. Drei Kinder. Glückwunsch. Wie alt? Ist die Jüngste? Oder die Jüngste? Mit der 2. September. Okay, gut. Dann hast du da tatsächlich noch einiges zu tun. Ein bisschen. Potenter Kerl. Genau. Potenter. Genau. Richtig. Okay. Ähm. Nur gut. Dann, wo arbeitest du mit dem Faszienball? Also, ich bin meistens hier am Nackenbereich. Irgendwie weh bei mich rum. Also, auch mit der Rolle. Mit der großen Rolle. Komplett runter bis so runter bis zum Bein. Und Nacken. Und Nacken. Mhm. Und das hilft dir dann immer so im Moment, aber dann am nächsten Tag... Am nächsten Tag ist das Gleiche. Ja. Ja. Hier mal. Manchmal auch mein Bus ziehe ich raus. Dass die so eng werden. Schon natürlich... Also... Hier, ne? Ja. Da vorne. Haben wir immer wieder die Problematiken. Schaffst du's denn bei der Arbeit dich zwischendurch aufzurichten? Ja, klar. Manche zu strecken und so. Ja. 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 Einmal knacken. Ja? Mach mal so. Wie ist das mit den Schultern? Ja, zieht hier. Zieht? Beide. Ich merke dich sofort. Naja. Linda, du erinnerst mich dran. Kevin, du erinnerst mich dran. Wir machen nur Aufrichtung später, ne? Richtig strecken und trecken. Das muss ja während der Arbeit. Weil deine Kollegen werden sich vielleicht ein bisschen wundern in Zukunft. Aber das ist egal. Okay. Weil das ist ja typisch. Also du kannst ja zuhause tun und lassen, was du willst. Ne? Trotzdem bist du immer wieder provoziert. Ähnlich ist das. Ich kann dich jetzt hier ordentlich auseinander nehmen. Das wird dir auch helfen. Aber lass mal zwei, drei Wochen wieder auf vier Wochen richtig Belastung auf deinen Körper. Dann steck mal da wieder drin. Also du musst mal gucken, dass wir von der anderen Seite halt auch ein bisschen versuchen ein bisschen zu verändern. Ja? Also Kevin, eins ist sicher. Ja, so wie du hier heute reingekommen bist, wirst du nicht wieder rausgehen. Ja? Also der Kopf wird noch ungefähr da sitzen, wo er jetzt sitzt. Aber ansonsten von Einstellung und ein bisschen was zu tun ist, da müssen wir ein bisschen was verändern. Aber halt eben gucken, was machbar ist. Naja, das ist immer. Weißt du, ich kann dir jetzt sagen, geh mal fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Du hast aber drei Kinder, der jüngste ist zwei, du arbeitest und so weiter. Wird alles nicht machbar sein. Deswegen ist es wichtig, dass ich dir ein bisschen was aufzeige, was du zwischendurch machst. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Okay, gut. Kopfschmerzen? Öfters ja. Ja, öfters. Also hier oben merke ich es immer, versuche es immer hier rein zu drücken, feste so es geht. Gerade links oder beidseits? Es ist meistens links. Also hier wieder. Meistens links. Okay. Und in der, jetzt hast du gesagt, mittlere Wirbelsäule, so Brustwirbelsäule, merkst du auch häufiger. Gibt es da einen bestimmten Punkt? Ja, wenn ich den spüre, dann sofort. Kann ich nicht gleich zeigen? In der Mitte her. Ja. Aber den kriege ich nicht raus. Das ist das Problem. Kriegst du nicht raus? Nee, das ist das Schlimmste. Ja, warum? Weil der am meisten provoziert wird. Also den krieg ich echt nicht. Das merke ich direkt, wenn ich, tack, das ist genau in der Mitte so ein Punkt, wo ich manchmal sage, drückt mir doch mal einer dagegen. Hm? Das bringt nichts. Hm. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich das ja heute sonst. Nehme ich Linda noch dazu. Dann schaffen wir das zusammen. Mal gucken. Ähm. Ja, komm. Lass mich mal gucken. Ich glaube, da finden wir eigentlich ein bisschen was zu untersuchen. Ja? Ja. Ja. Hast du, äh, Mannschaftssport gemacht? Ja. War schon ewig. Fußball war schon ewig. Torwart. Mhm. Jut. Dein Knie ist also in Ordnung? Das linke. Ja, ich habe ein paar Bewegchen. Ja, stimmt. Linkes Bein hattest du vorher auch noch gedacht, ne? Ja, also linkes Bein ist echt. Aber das hatte ich bewusst vergessen anscheinend. Linkes Bein ist echt. Manchmal merke ich auch, dass ich öfter drauf trete. Also länger, wenn ich lange stehe, immer aufs linke Bein stehe. Dass du immer aufs linke Bein kommst. Ja, ich stehe aufs linke Bein. Ich dachte, dass das linke Bein schmerzt. Ja, aber ich bin trotzdem links. Ja, aber ich... Wie soll ich das sagen? Ja. Das ist ja ganz häufig so. Müssen wir mal gucken, was dein Becken sagt. Deine Knie sind relativ durchgedrückt. Und vor allem, das ist mir ja gerade im Stehen, vorhin war dein linkes Knie noch durchgedrückter als dein rechtes. Also das heißt, dass du so richtig einfach so... So Knochen auf Knochen einfach so durchgedrückt. Und ja, dann müssen wir mal gucken. Aber rein vom Oberkörper bist du jetzt gar nicht so weit nach links verschoben. Dreh dich mal bitte einmal um. Ja. Und die Arme lässt du einfach mal hängen. Ja, genau. Ja. Okay. Also, wir sehen hier oben, hier, kleine Falte. Da. Das bedeutet das halt, ne? Hier, der Übergang so schön gerade, wie du jetzt stehst, stehst du häufig nicht. Weil diese Falte entsteht nur, wenn hier mehr Extension ist. Und die entsteht häufig, wenn... Lass dich mal ein bisschen fallen. Die Brustwirbelsäule ein bisschen nach vorne geht. Und jetzt musst du dich nicht aufrichten. Und dann kommt diese Falte. Genau. Ja. Weil das entspricht so ein bisschen mehr deiner Arbeitsposition. Ja, ich stehe auch sehr oft runter. Ja, genau. Ja. Ne? Das ist relativ simpel. Die Brustwirbelsäule. Ähm. Das ist Mitte der Brustwirbelsäule. 5. Geteilt durch 2. 7. Okay. Den haben wir auf jeden Fall schon mal uns gemerkt. Ansonsten, man merkt, dein Körper will hier die Schultern tragen. Und wir sehen hier durchaus auch einen ausgeprägten Nacken. Das Ding ist ja immer, da ist viel Muskulatur. Aber das ist nicht immer gut, wenn die verspannen. Dann geht das ganze auch ganz gut vorwärts. Ansonsten muss ich sagen, er hat gerade wieder die ganze Zeit links gestanden. Kevin, guck mal. Guck mal. Ne, 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 ne. Ich darf nichts sagen. Aber jetzt guck mal. Guck mal. Rechts ist voll nach außen gedreht. Quasi. Das ist so, als ob du... Eine Schulhaltung. Ne, das ist quasi fast, als ob du das rechte Ball abheben könntest. So. So stehst du. Ne? Fast. Okay. Also, da müssen wir mal gucken, ob das am Becken liegt. Dass du, oder ob es eine Gewohnheitshaltung ist. Kein Wunder, dass dir das linke Knievolle gar nicht weh tut. Setz dich mal bitte hier. Ja. Machen wir. So. Die rechte Seite ist ein bisschen höher bei dir. Okay. Ja, ein bisschen höher. Hier ist aber häufig durchs Arbeiten bedingt. Einfach, dass die rechte Seite ein bisschen höher kommt. TH6 haben wir. Einmal nach vorne. Bäume bitte. Guck mal hoch. Untypisch. Nochmal. Nach vorne bitte. Wieder hoch. Nochmal. Nochmal. Und nach vorne. Äh, wieder hoch. Und 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 hier noch. Und hier noch. Knack. Nochmal nach vorne bitte. Und noch mal nach vorne. Und noch mal nach vorne. Und noch mal nach vorne. Das ist echt untypisch. Nochmal rechts ist bloß. Ich wollte gerade sagen, ich finde doch noch was auf der linken Seite. Und noch mal nach vorne beugen. Und noch mal nach rechts. Guck mal nach rechts. Alter. Okay. Guck mal von vorne bitte. Ich glaube das sieht man fast besser. Ähm. Links. Weltmeister. Okay. Rechts. Ah, Kreisliga. Okay. Gut. Junge. Bist du noch nach rechts eingeschränkt. Kevin, ich freue mich. Ja, was zu tun. Bist du schon mal behandelt worden? Ähm. Nein. So nicht. Okay. Beide Arme mal hoch. Hoch, hoch, hoch. Jo. Okay. Nimm mal wieder runter. Nimm mal seitlich hoch. Wie ist das in den Schultern? Warte. Er zieht hier. Ja. Zieht wo? Hier. Aha. Okay. Nimm mal wieder runter. Mit der linken Hand. Greifst du mal hier hinten. Warte. Ja. Genau so. Okay. Rechte Hand. Seine Abdrücken auch. Ja. Nichts. Schlechter. Ja. Okay. Ähm. Gut, 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 gut. Oh. Jo. Mann. Wo fangen wir denn da an? Wo fangen wir denn da an? Ähm. Dritter mal. Oben. Halswirbelsäule auch. Hm. Gut. Ähm. Vorne öffnen vielleicht? Was meinst du, Kevin? Wo's meinst du? Gerne. Ähm. Wer glaub ich ganz gut. Ist aber ein scheiß Behandlungsauftakt. Egal. Das klingt sich aus. Ich verfreul dich. Äh. Du bist relativ kompakt. Ja. Was dein Oberkörper angeht. Lass mal locker hier. So mal kurz. Locker. 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 Tut das weh? Öffnet sich gar nichts. Okay. Locker. Entschuldigung. Alles gut. Boah. Okay. Gut. Ja. Du stehst hier links. Links sehe ich auch der Fuß ist sehr, sehr, sehr fest. So. 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 Nun gut. Okay. Dann. Lassen wir mal die Spiele starten. Habe du vorhin erzählt, dass du in Maastricht aufgewachsen bist oder geboren worden? Ich habe einfach so ein Gefühl, Kevin, dass das relativ intensiv wird heute. Ja, das ist immer ... Weißt du, für mich ist das immer wichtig, einen seichten Behandlungsauftakt zu wählen. Alles gut. Leuchten. Also, als ich dich vorhin gefragt habe, ob du schon mal behandelt worden bist, hast du so ein bisschen drüber nachgedacht. Du hast wahrscheinlich mal eine Massage gekriegt. Irgendeine Massage habe ich mal gekriegt, genau. Aber so eine Behandlung ... Ja. Und wir sind bestimmt schon ... 45 Sekunden in der Magen drin. ... Ja. Mhm. Hm. Mhm. Oh, 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 oh ... Jui, 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 jui ... Alter. Ihr Knubbelt das aber ordentlich. Okay, 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 okay. Alles gut. also ich muss dich halt hier vorne du weißt warum ich arbeite ja weil das hier nach vorne ziehen also nach der arbeit kann ich auf jeden fall jeden tag die brust rausziehen dann klappt es ja okay genau und das natürlich über längere zeit verkürzt sich das gleichverdämmung ja oh okay cool ich habe es wahrscheinlich nicht gehört aber wir haben hier im sehen bereich es hat so wie soll man sagen genau gemacht das ist ja immer das schwierige euch zu erklären was da jetzt passiert und wie sich das anfühlt schön dass du das jetzt auch mal gefühlt hast man konnte es hören tut man gewebe nicht häufig vielleicht macht ihr noch mal auf ganz laut kopfhörer und versucht das noch mal einmal zu hören wir beide haben es gehört das war wirklich klassisch dieses was die verklebung wenn ich durchgehe was ich so löst wirklich so durchgehe und das quasi so auflöse krass kevin alles gut ich lüge jetzt mal ja wir haben ganz wenig zu tun heute das war eigentlich eher so gemeint dass ich mich gerade bei dir entschuldige alles gut sicher sicher bestimmt aber gerade nicht so das ist ja deutlichst zu erkennen wo hier die problematiken jetzt schon sitzen und dann meinte ich wirkst sehr kompakt sehr fest und auch auf dem rücken wenn ich bei dir einiges zum lösen finde das ist aber hier vorne da ich rutsche so ein bisschen so hier jetzt über deine rippen das ist hinten ist das ein bisschen anders also nicht ganz so unangenehm schick sieht so aus wenn ich glaube das wird die alles gut folge kevin ich musste ich muss einen sagen wenn ich einen satz nicht mag dann ist das alles gut weißt warum ich sage immer wenn sonst nicht gut ist wenn ich spresse wenn ich das sage ist nix gut wenn ich das sage ist nix gut kennt das schon von menschen die viel nach vorne gebeugt arbeiten muss ich auch immer diese mittellinie mit bearbeiten nina du hast mir vorhin erzählt dass du ein nagelbruch na stimmt da ist das schlimm ich habe mich aber vorher gefragt nicole gesagt wer nicht stimmt ok gut zu wissen danke der informationsfluss funktioniert ja nö schlimm ist das jetzt nicht aber es ist gut zu wissen jetzt dann bleibe ich nämlich ein bisschen vom nabel fern wann hattest du den nagelbruch auf vier wochen auf vier wochen auf vier wochen ich habe nichts da gefahren ok ja gut wissen wir das jetzt dann lasse ich wohl meine finger davon aber ich kann ja noch ein bisschen hier ist der nabel weit weg ja alles gut was war das? das wird heute noch einen spart ok gut ehrlich gesagt also kommt seht ihr das auf beiden seiten das hier sind die sehnen hier genau hier die sehnen vom brustmuskel hier und einmal auf der anderen seite juti kannst du ja mal aufsetzen also das war jetzt schon mal sehr unangenehm ganz grobe rechts rotationseinschränkungen bei dir deswegen arbeite ich jetzt hier schon mal im Schulternackenbereich ein bisschen vor aber gehe dann gleich weiter nach unten aber im sitzen kann ich mir das nicht nehmen lassen einmal schon mal ein bisschen rein zu gehen weil ich im sitzen immer sehr gerne an der Halswirbelsäule arbeite warte mal links waren nochmal die Kopfschmerzen ja das passt oh nein oh nein komm mal nach vorne bitte gut 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 das ist für uns beide anstrengend gut so jetzt pass auf du bist total unmöglich kannst du dich auf den Bauch legen ok alle Füße hoch bitte Kevin danke wieder runter und hier einmal den Kopf einmal hoch und hier einmal für die Entschminkung alles klar okay 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 wenn irgendwie wenn es ein bisschen viel wird oder so sagen wir Bescheid ja natürlich gut drauf gewartet Entschuldigung 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 ja ja hört sich so an als ob das häufiger wäre komm schon mal vor abends dann ja wie schläfst du eigentlich so auf der Seite und gut oder schlecht auf der Seite am besten also das heißt generell sterfst du ganz gut auf der Seite sein ich will ja doch man rutscht da cool ha 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 alles gut ha 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 okay gut 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 ähm mit der Rolle bist du auch in der Lendenwirbelsäule aktiv ja ich lass mich komplett einmal runterrollen hochrollen und dann kommst du hier in den Bereich auch rein ja und lass mich drauf hängen drauf hängen also hier oben nein nein leg ich hier hin und dann komplett flach liegen und dann versuche ich hm und äh mit dem Ball auch ja hm tja und da sieht man es auch mal wieder das sind alles Mittel also Hilfe zur Selbsthilfe das ist alles cool das ist besser als nichts das heißt aber nicht dass bei jetzt nehmen wir zum Beispiel deine Arbeitsbelastung Kevin ja ist einfach zu hoch als dass man selber das mit diesen Hilfsmitteln alleine lösen könnte das meine ich normalerweise arbeite ich hier viel in der Muskulatur jetzt gehe ich aber hier zum Beispiel das ist der ganze Rumpf der ganze Rumpf bei dir ist genau fest fest zusammen zusammengezogen einfach ja und das das darf halt nicht so schmerzhaft sein ne das darf so nicht sein das darf nicht das darf nicht oh 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 das darf nicht mein Gefühl hat mich nicht getäuscht oh 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 dass wir hier doch ein bisschen was zu tun haben Okay, gut durchatmen. Kopf kannst du ruhig liegen lassen. Okay, gut durchatmen. Ich würde sagen, das ist ein bisschen viel. So, Kevin, du merkst das ja am besten. Du merkst das ja am besten. Da kommt einiges zusammen. Da kommt echt viel zusammen. Und die Frage, ob wir das heute alles lösen können, ist ziemlich schnell beantwortet. Nämlich nein. So sieht es aus. Ist aber sowieso, ich habe mir jetzt gerade auch noch mal Gedanken gemacht, mit dem Nabelbruch unten kann ich sowieso kreuz, dein Becken will ich nicht in Bewegung bringen. Okay. Das ist jetzt erst vier Wochen her. Da möchte ich in der Region nicht zu viel Druck aufwenden. Das geht nicht. Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, das kriegen wir hin. Okay? Okay. Und ich weiß, dass man als Zuschauer zu Hause ist, man schnell geneigt zu sagen, so schlimm kann das ja gar nicht sein. Naja, es kommt immer darauf an. Also bei dir, Kevin, ich habe es ja von Anfang an gesagt. Man hat das bei dir von Anfang an gemerkt, wie fest doch dein gesamter Rumpf ist. Und das zeigt sich jetzt einfach in der Behandlung auch absolut. Nimm mal den Arm nach hinten, bitte. Das sind so Seiten. Nee, warum kannst du so Seiten? Genau. Kannst du sonst hier die Hand anmachen? Genau. Okay, nimm mal den anderen auch nochmal unter das Becken. Wenn ich deinen Rücken schröpfen würde. Bist du Fußballfan? Klar. Nämlich? Nach München. Bayern. Natürlich. Haha, natürlich, sagt man. Ja gut, ich freue mich, also dein Rücken würde auf jeden Fall aussehen wie ein Schalke-Trikot. Ich glaube es. Genau. Willst du das? Wenn es sein muss. Gut. Ja, ich glaube erstmal heute nicht. Dein Rücken hat heute so schon genügend zu tun. Wenn ich hier jetzt noch schröpfen würde, hättest du so eine Regenbogenfahne auf dem Rücken. Das ist zwar heutzutage in, aber für dich wäre das ein bisschen schmerzhaft. Gut, dass ich mir heute meine kräftigen Daumen wieder drauf gesetzt habe. So, muss man auch mal lieber. Setz dich nochmal auf, hier mit dem Gesicht zu mir. Ja, Achtung, tief. Ja, genau. Gut, schnell wieder hinsetzen, weil der Laufkreis ist dann immer schnell. Hast du hier einen Türrahmen gestoßen? Ich wusste nicht. Ups, ich bin recht knochig. So, Schultern ist auch immer so eine Sache mit den Bizepssehnen. Die gehen alle auch ganz gerne ein bisschen steil. Und die muss ich hier mitnehmen. Warum? Weil die Bizepssehnen auch eine Innenrotation der Schulter machen. Auch wieder dieses nach vorne ziehen. Sind da aber schon eine Pause gemacht? Nein. Müssten wir in drei Minuten aber. Ach, müssten wir in drei Minuten. Guck, Kevin, dein Akku ist in drei Minuten alle. Dein Akku? Nein, nicht das Akku. Und dann habe ich auch noch Zeit. Oh, einmal hier. Oh, okay. Gut. Und schon wieder. Ja, stimmt, da war was, ne? Da war wieder was. Wieder rechte Seite. Waren wir noch? Pause. Ja, Pause? Okay, wir machen Pause. So, wir haben eine kurze Pause gemacht. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die mittlere Brustwirbel solle mal ein bisschen weiter in Bewegung bringen. Okay? Ja. Gut. So, ganz klein Stückchen noch nach hinten. Das reicht, das ist gut. Die Hände. Kannst du bitte einmal den Nacken legen hinten? Ja, wie in der Kirche. Kirche, beten. Beten, so. Ich habe es schon länger nicht mehr gedacht. Ja, ich habe es gemerkt. So. Sind wir uns einig, den Punkt hier in Bewegung bringen? Da? Ja. Oder da? Oben? Unten. 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 Unten, ne? Okay. 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 Das war gut. Gemerkt? Das war gut. Das wird hier eher so eine private Folge zwischen. Wir uns beiden. Wir beiden hören hier, glaube ich, eher so heute die Sachen. Hast du gemerkt, wie es auseinandergegangen ist? Also, das hat einmal versucht beim Schlecken, also bei hinten, aber das hat nicht geklappt. Ne. Und so tief wie das auch war, das war ziemlich arg fest. Für euch jetzt nicht so laut und spektakulär. Ihr habt es vielleicht gar nicht gehört. Ich merke es direkt zum Rücken. Was denn? Also, das ist gut. Ja, dass du ein bisschen mehr aufrichten kannst. Das hält sich ja dann auch hinten. Und das ist halt das Ding. Du hast jetzt wieder mehr Belastung, dann wird das Ding immer wieder weiter nach hinten rausgehauen. Und je länger das dauert, desto fester wird das Teil dann. Okay, gut. Aber, ähm, das können wir so lassen. Dann brauche ich dich wieder in Rückenlage. Ich mach mal auf. Also, ehrlich gesagt, ich dachte, das wird hier eine richtig lange Folge. Ähm, aber so lange wird es, glaube ich, gar nicht, weil ich nicht so viel machen kann, wie ich möchte. Oder, was heißt möchte? Ich möchte ja eben gar nicht mehr so viel machen, weil ich deinen Körper einfach, ich möchte deinen Körper eben nicht überbelasten. Und das ging bei dir relativ schnell, nicht weil du empfindlich bist, sondern weil da so viel vorhanden ist, einfach. Ne. Wollen wir einen kurzen Exkurs, damit du mal ein bisschen Ruhe bekommst, zum Nabelbruch machen? Warum ist der entstanden? Ich schätze mal beim Schwerheben, wenn ich was schätze. Schätzt du mal? Ja. Beim Fassheben, oder? Beim Fassheben. So. Wie hat man denn einen Fass zu heben? Eigentlich in die Knie mit rein und dann schließt du mit auf. Aber ich nehme dir halt kräftig weiter hin und hochziehen und fertig, was man nicht sollte. Hat dir dein Körper ja jetzt gesagt, ne? Hat mein Körper gesagt. Was meinst du? Also definitiv ein bisschen in die Knie gehen, runter. Genau. Körperschwerpunkt runterbringen. Weil dann kannst du auch deine Beinmuskeln, nicht den Oberkörpermuskeln nur nutzen, sondern die Beine. Hier, guck mal. Muskeln. Ne? Ist ja was vorhanden. Ähm. So. Was meinst du, was noch sehr wichtig ist beim schweren Heben? Gegenlast? Ich weiß nicht. Atmen. Du wirst deine Luft anhalten. Okay. Merkt euch mal. Jeder, der schwer trägt oder hebt oder sonst irgendetwas, gerade beim Heben, wenn ihr die Luft anhaltet, dann kann die Luft nirgendwo hin. Das gibt einen riesen Druck hier drin. Und dann gibt es irgendwo Schwachstellen im Körper und da drückt die Luft in die Richtung. Und bei dir war es dann hier der Bauchnabel, wo du es immer und immer wiederholt hast. Und dann kann sich irgendwann Nabelbruch oder auch ein Riss hier in der Bauchdecke, was dann auch übrigens nicht mehr ganz so weit davon entfernt ist, das wird jetzt einfach in Ruhe gelassen, ja? Erstmal ja. Erstmal ja. Damit das nicht schlimmer wird, musst gerade du in Zukunft immer, wenn du was Schweres hebst, also einatmen und dann nicht so statisch. Das wird irgendwann normal. Aber du musst ausatmen, damit der Druck aus dem Rumpf rausgeht. Okay? Okay. Unerlässlich ab heute. Weil sonst wird der Riss weiter hier hoch und runter gehen. Das ist einfach dann leider irgendwann so. Was wollte ich denn? Heizelbe-Säule. Genau. Lass du ein bisschen Zeit zum Entspannen gehen. Ja, und auch deine Einschränkung nach, oh, Entschuldigung, nach rechts mache ich das. Woher kommt der denn her? Jetzt ist es so weit. Jetzt ist es so weit. Ich fühle mich total wohl. Wie zu Hause. Das kann sich doch keiner so lange mit angucken, oder? Sie versteht mich doch, warum das hier nicht allzu lange heute gehen kann. Ja, da würde ich mich abhauen am liebsten, ne? Ja, da würde ich mich abhauen am liebsten. So, ich mache jetzt mal keine Muskelfaszientechniken, musst du jetzt keine Sorgen machen. Ich will jetzt nur nochmal tasten, leg mal ab. Also einfach den Kopf wie auf dem Kopfkissen liegen lassen. So, ich will jetzt mal abhauen am liebsten. Merkst du diesen leichten Knubbel hier, auf der rechten Seite, das ist dein erster Halswirbel. Das ist der erste Halswirbel? Das ist der erste. Okay. Da. Seitlich. Der geht dann natürlich hier hinten da rum. Aber hier mache ich den Knubbel. Hier links nicht. Hier rechts schon. Genau umgekehrt ist es bei C2 auf der linken Seite. Also das werde ich dir gegeneinander in Rotation bringen. Das ist ja wahrscheinlich auch noch nie bei dir gemacht worden. Nö, natürlich nicht. Hast du noch eine Massage gekriegt? Okay. Da wäre es ganz gut. Ich zeige dir, was ich mache. Und du versuchst, hier möglichst locker zu lassen. Möglichst wenig Anspannung reinzubringen. So, also ich bringe deinen Kopf, bringe ich da hin. Okay? Und dann mache ich noch eine Mini-Bewegung weiter. Okay, alles gut. Okay. Alles gut. Alles okay? Ja, alles gut. War gut. Da, das hier ist jetzt zwei Teile. Dann können wir uns mal um den direkt hinterher. Gut, bis dahin und gehen ein bisschen weiter. Okay? Alles gut. Einladen. Das haben. Okay. 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 Ist das okay? Okay. 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 Das haben die Zuschauer jetzt diesmal auch gehört. Kevin. Ja, bitte? Fast fertig. Genug. 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 Super. Dann setz dich mal bitte einmal auf. Guck mal nach links bitte. Ja. Guck mal nach rechts bitte. Geht weiter. Auf jeden Fall. Geht weiter. Aber es kann noch ein Stück. Guck mal nach links. Nee, links erst. Okay, nach rechts. Also ein bisschen zeitlug mäßig noch, ne? Guck mal nach rechts. Weiter, weiter, weiter. Yes. Weiter. Gut. Nach vorne. Und nach rechts. Weiter. Komm. Guck mal nach vorne. Und nach rechts. Um, 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 um. Weiter, 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 weiter. Gut. Und nach vorne. Okay. Gut. Einmal links. Und rechts. So, darauf können wir uns einigen, oder? Ja. Ich denke auch. So, nochmal links, rechts gucken, nochmal ein bisschen. Alles gut. Ja, genau. Das brauche ich von dir in den nächsten Tagen, bitte. Immer wieder diese Rotation da rein zu gehen. Und was ich von dir auch brauche, ganz wichtig, ist, dieser Punkt schiebt sich jetzt nach vorne. So sieht das nämlich aus. Das nochmal locker. Und jetzt hier aufrichten, aufrichten, nach vorne schieben, schieben, schieben. Und das macht die Brustwirbelsäule sonst halt eben nicht, dass sie sich hier aufrichtet. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass ich das von dir auch bekomme. Unten Becken haben wir noch nicht. Aber das reicht. Das reicht. Jetzt haben wir hier vorne, Pektoralis habe ich dir gelöst. Ich habe eine Rotation in der Halswirbelsäule. Ersten, zweiten Halswirbelsäule, sechsten Brustwirbelsäule und hier hinten. Ihr kennt das von mir, ich arbeite sonst gerne tief und viel, aber das reicht mir. Jetzt geben wir nochmal einmal deine Schulter, bitte. Einfach locker hängen lassen, die Schulter. Locker. Okay. Ja. Gut. Andere Seite. Locker. Ja. So. Schulter noch, äh, linke Hand hier auf die Hüfte. So drauf. Ja, genau. Und jetzt, ich greife hier drunter her und dann drückst du mit dem Ellenbogen ein bisschen nach hinten und ich sage, jetzt machst du so einen kleinen Kick nach hinten. Aufricht, warte, 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 warte. Erstmal aufrichten, ne? Brustwirbelsäule. So, drück mal nach hinten. Kick. Warte, 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 warte. Locker lassen? Ja. Locker lassen? Drück mal mit dem Ellenbogen nach hinten. Und jetzt Kick oben. Na, wenn sich die Kapsel definitiv nicht lösen, gucken wir mal auf der anderen Seite. Hier, genau das gleiche. Auf die Hüfte. Auf die Hüfte? Ja. Und hinten drücken? Okay. Ne. Okay. Gut. Ne, das will die Schulter nicht, aber ist in Ordnung. Hinten haben wir die Kapsel ein bisschen bekommen. Innenrotation wird immer noch eingeschränkt sein. Da gehe ich ganz stark von aus. Passt mal mit links hinten auf den Rücken. Ja, da machen wir vorhin auch ungefähr. Und rechts qua tiefer. Hm. Doch. Na ja, immerhin. Gut. Aber doch noch ein bisschen Rotation ausgeholt. Schön. Schulterblatt hat sich ein bisschen gelöst. Dann hat sich das hier auf jeden Fall auch schon mal, weil die Schulterblätter sich nicht richtig lösen, dann kannst du nicht so weit nach hinten greifen, ne? Und rechts war vorhin deutlich eingeschränkter als links. Das hat sich aber auch gegeben. Rotation haben wir. Unten, wissen wir, aus gegebenen Gründen mache ich beim nächsten Mal. Da machen wir nochmal eine Verabredung. Okay, du kannst dein T-Shirt eigentlich mal eben wieder anziehen und dann zeige ich dir nochmal eben für zwischendurch im Job, dass du immer wieder dich ein bisschen aufrichten musst. Und vor allem aufrichten bei dir heißt eben nicht nur, wenn ich mir das mache, sondern, das ist jetzt der kleine oder feine Unterschied. Man kann sich halt einfach so aufrichten. Du musst aber hier hinten führen, also, da. Ja, dass die Wirbel noch weiter nach vorne in sich reinschieben. Aber nicht so ins Hohlkreuz einfach gehen und die Schulterblätter hinten zusammendrücken. Das nicht. Sondern, du hast ja gesagt, du bist hier vorne immer so eng. Das muss sich öffnen. Dein Brustbein steht immer zu weit hinten unten. Das Brustbein gibt die Bewegung der Brustwirbelsäule vor. Das Brustbein musst du nach vorne, oben schieben. Also hier, als ob. Ja, aber hier nicht zu sehr ins Hohlkreuz gehen. Nicht die Bewegung aus der Lendenwirbelsäule holen. Okay? Hier bleibst du relativ fest, aber hier dieses, ja genau. Lass mal locker. Ordentlich nach hoch. Ein bisschen hoch, 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 da. Gut. Kopf bleibt ein bisschen, ne? Und das brauche ich von dir zwischendurch. Und das kannst du immer mal wieder machen. Das ist eine Mini-Bewegung. Mini. Nicht die Schultern. Nicht die Schultern einfach zurück, sondern das Brustbein. Brustwirbelsäule bewegt sich. Locker lassen. Da müssen wir. Und jetzt da. Und locker. Da. Locker. Da. Locker. Da. Locker. Da. Okay? Alles klar. Gut. So. Denn dann, Spannung unten im Bauch hältst, sodass du nicht zu sehr ins Hohlkreuz gehst. Arme ganz hoch strecken. Hoch strecken, hoch strecken, hoch strecken. Finger strecken. Streck, strecken. Halten die Streckung. Als ob da Pferde dran ziehen. Finger, Finger auseinander. Und hier runter. Guck nach vorne. Auch wenn es dir gerade schwer fällt. Nach vorne. Hier. Hallo. Mein Hübschus Antlitz. So. Und wieder. Da. 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 Okay? Richtig, richtig raus. Ja, genau. Auseinander ziehen. Du musst dir wirklich, stell dir vor, du bist im Mittelalter und du wirst gezweiteilt. Nur an den Arm, dass da wirklich Pferde dran ziehen. Und die Finger gehören mit dazu. Okay. Das ist ganz wichtig. Na, dann merkst du diese Spannung hier? Komplett, durchgehend. Dieses Öffnen. Öffnen. Ganz wichtig. Dann, wenn du hier bist, noch ein bisschen die Daumen mit nach hinten nehmen. Okay? Gut. Reicht. Alles klar. Dann. Setze er sich nochmal, bitte. Nee, hatten wir in der Pause kurz drüber gesprochen. Kommt heute aus der Hosentasche hinten raus. Bitte. Wenn du hier heute rausgehst. Ich bin immer ein großer Fan davon, dass man den Körper trainiert. In die Richtung, wo er am meisten belastet wird. Nee, Quatsch. In die entgegengesetzte Richtung. Deiner wird am meisten nach vorne belastet. Deswegen musst du am meisten in die Aufrichtung trainieren. Jetzt muss man aber mal realistisch sein. Du hast einen harten Job. Und du hast drei Kinder. Ich würde dir schon Muskelaufbautraining empfehlen, sondern immer die Frage, wie ist es machbar? Und jetzt kann man sagen, klar, das ist unerlässlich. Ist es an und für sich auch. Aber wenn du nicht die nötige Motivation dafür mitbringst, dann haben wir ein Problem. Ich brauche irgendwas, was du dauerhaft machst. Und wenn du zwischendurch dich immer wieder aufrichtest, immerhin haben wir schon mal ein bisschen mehr Streckung drin. Du musst aber im Klaren sein, dass dein Beruf zu körperlich ist. Also dass dein Körper das an und für sich einfach immer wie selbstverständlich schafft. Nee, tut er nicht. Wie alt bist du? 35. Na, guck. Du hast ja noch ein bisschen was vor dir. Ja, ein bisschen was vor dir. Also für die Zukunft, da kommen noch ein paar Jahrzehnte, ist es nicht selbstverständlich, dass der Körper das schafft. Dementsprechend musst du ihn vorbereiten. Und der Nabelbruch war jetzt ein ganz klarer Warnschuss. Ja. Volle Kanne. Haben wir auch drüber gesprochen. Das bitte auch beherzigen. Das ist super wichtig. Sonst musst du da irgendwann ein Netz reinkriegen. Richtig. Fragen? Soweit gerade nichts. Muss ich ehrlich sagen. Wie war es denn so für dich? Gut. Muss ich ehrlich sagen. Nein, ehrlich. Es war entspannt jetzt. Es ist jetzt ehrlich. War gut. Okay, gut. Ja, also. Schmerzhaft. Schmerzhaft. Ja. Du wirst jetzt noch ein bisschen, dein Körper ist jetzt im Prozess. Es kann sein, dass du gleich furchtbar müde wirst. Okay. Und matt. Du hast Urlaub. Ich habe Urlaub. Perfekt. Du darfst heute schlafen. Auch wenn du drei Kinder hast. Aber nach der Ruhe kommt Bewegung. Das heißt, spazieren gehen. Das heißt, spazieren gehen. Nichts kompliziertes. Nur spazieren gehen. Und wieder Ruhe. Ja? Das wäre wichtig. Das mache ich. Ansonsten bleib mit dem Ball und mit der Rolle unterwegs. Aber denk dran, wir müssen, du musst in die andere Richtung. Wir machen einen neuen Termin aus. Bauchnabel, wenn der abgeheilt ist. Das machen wir. Alles klar. Okay? Alles klar. Perfekt. Kevin, danke. Danke. Ich bin ehrlich bei dir. Gerne, gerne. Binder. Ich denke mal, da haben wir heute schon mal einen Schritt nach vorne gemacht. Zweiter Schritt folgt dann noch. Okay? Alles klar. Besten Dank fürs Zuschauen. Danke für dein Interesse. Ich hoffe, dass du uns schon einen Daumen nach oben gegeben hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, drück unten die Glocke. Verpasst du keine Folge mehr von uns. Schreib gerne einen Kommentar, wenn du Fragen hast. Und ansonsten, wie immer, abonniere unseren Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.